Gummibärchen! Ich hab noch zwei Pizzen. Ich kann gerne heute eine machen. Ich hab gar nichts. Das ist okay. James bringt im Arm liegen bestimmt einer was. Also ich habe... Ach, das ist die Map wieder. Die ist relativ groß, aber man kann sie eigentlich auch kontrollieren. Wasser aus dem Wasser. Man kann vom Auto überfahren werden. Trouble and Terror is down. Zwei Verräter, Ein Detektiv und eine Handvoll planlose Spassen. Das Ziel der Verräter. Töten des Detektives und der planlosen Spassen. Das Ziel des Detektiven und der planlosen Spassen. Töten der Verräter. Trouble and Terrorist Town. Guten Tag! Und willkommen zu Trouble and Terrorist Town. Mit den üblichen Verdächtigen aus der Wollo. Er hat uns verlassen. Er hat uns gut verlassen. Dafür ist Johnny jetzt dabei. Ob das so guter Satz ist. Hallo Johnny! Wieso schießt ihr da? So jemand wie dich können wir hier nicht gebrauchen. Lauf kleiner Mann! Ist das Maeve? Wer ist das denn jetzt? Maeve? Connell? Der kleine Mann vielleicht. Oh Leute, bist du klein. Oh Leute, bist du klein. Wieso bist du so klein? Leute, was soll das denn? Hey! Was ist denn hier los? Das ist voll unfair! Darf ich mal kurz eine Sache anmerken, was ich das dachte beim Handy? Du dachtest zuerst jetzt noch scheiß weit weg. Das dachte ich tatsächlich auch! Rikki, warum läufst du denn hinterher? Ja, ich will gucken was du machst! Oh die Autos, Alter! Leute, wenn ich tot bin, ist es richtig! Guck mal hier, das Bild ist super! Infolge war schon links und rechts und rechts! Das ist okay! Fuck! Nein! Wir sind keine Minute! Wir sind keine Minute auf der Map! Keine Minute auf der Map! Davor schon geklärt! Die Autos sind gefährlich! Ich renne auf die Straße und bin tot! Du hast mein Geil über direkt erfasst! Macht euch alle verdächtig, wenn keiner darauf antwortet! Hier jemand schießt da unten mit einer Punk an! Unter mir! Interessant! Der Blocki ist es! Aha! So! Trader Nummer 1 ist down! Okay, Maeve lassen wir am Leben, oder? Maeve? Mock! Wenn du Maeve triffst, dann töte Maeve! Maeve, wenn du Mock triffst, dann töte Mock! Denn einer von euch beiden ist es! Okay! Ihr seid die letzten beiden! Aber du hast mich doch schon fast ungeworfen! Handicap! Los geht's! Blrrr! Lol, was war das denn? Das war's! Das war's! Lol! Nein, nein, nein! Nein, ich hab auf dich geschossen! Von dir drüber hab ich mich abgesnackt! Was ist denn das für ein Energie-Shit? Alter! Ich hab oben einen Teleporter gerufen! Da ist es da! Was ist das? Lol! Da kommt der Teleporter! What the fuck! Und wohin geht's dann? Tschüss! Nein! Ey! Ich will weg! Tschüss! Ey! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ich will doch mit! Der Luftangriff geht los! Ahhhh! Nein! Oh mein Gott! Was ist passiert? Was ist das? Was ist das? Hallo Johnny! Ist der rausgefallen? Kann das nur uns das passieren? Was ist das so langsam? Okay, du bist so dumm! Ich hab Stühle mitgebracht! Und ich hab Musik mitgebracht! Sehr nice! Ich hab Musik mitgebracht! Super Party! So! Mein Stuhl! Ich bin wie so ein Highschool-Kid mit einem Ghetto-Blaster auf den Stuhl gekommen! Kann man die Scheibe kaputschießen? Von Autoradio! Schieß da einfach drauf! Was soll die Scheiße? Ähm! Cornel! Was hast du da gerade reinges müssen? Oh! Das ist ein Shotgun! Ich bin Shotgun! Cornel! 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 Ich bin mir so leid! Cornel du Haufen Scheiße! Alle mitten! Mitten in der Öffentlichkeit! Vor allen Leuten wirft einer einfach ne Hole hier rein! Das bin ich in den Luft gesprengt! Und daneben noch 3 andere! Man könnte sagen die Garagen-Party war der Knaller! Was ist meine... Alter! Ich hätte mich um die 200 Garage gleich schon gekümmert! Aber das Wichtigste ist, das Radio geht noch! Hauptsache mein Ghetto-Blaster funktioniert noch! Alter! Ich bin mit zwei anderen Garage und Cornel wirft der Holy Grenade rein! Bester Team-Partner! Ich komm nicht mehr raus! Ihr mosaikiert! Ich hör euch die ganze Zeit! Ich hatte Geld am Boden! Hä? Ich komm nicht mehr raus! Es war auch primärer Scheiben drin! Warte mal! Kann... Kann jemand die Garage eröffnen? Kriegt jemand Trailer? Alter! Ich hab ihn ohne Launcher! Ich hab ihn gefunden! Noki! Was soll die Scheiße? Wer nimmt die Garage eröffnen? Ich hab die Granate gesehen! Kann... Kann jemand... Ich komm... Ich... Ich komm nur mal rüber, ne? Geht's euch eigentlich noch gut? Kann... Kann jemand die Garage eröffnen? Ich hab mich hier eingesperrt! Wo bist du denn? Kann ich dir Vertrauen kriegen? Ich bin Detective! Welche Garage denn? Oh ja, stimmt! Ja, natürlich die! Welche Garage denn? Ja, macht doch irgendeine Garage auf! Ich werd schon irgendeine Garage drin sein! Ich weiß ja nicht wo ich... Eins, zwei oder drei! Komm, mach auf! Mach auf! Werde ich da drin sein? Werde ich da drin sein? Bist du hier? Mach doch einfach raus! Da? Oh! Ey! Okay! Jetzt komm doch raus! Ich kann doch nicht raus! Die Tür ist zu! Ich komm nicht von innen raus! Oh! Du Wichser! Hat gerade gefragt... Ey, Ricky, kannst du Sachen ausmachen? Okay, folge mir am... Was soll das denn? Wenn du Traitor bist... Ich hab Melf getötet! Ich werd grad ersoffen! Ich werd grad ersoffen! Also hier, ich wärbe gleich! Ich bin 3, 2, 3... Was hast du da getan, Herr Detektiv? Hier! Ich opfere! Ich opfere den Traitor, den Fischen! Du Fass! Hier! Fuck! Hier! Fuck! Geh doch da rein! Na endlich! So! Geh doch da rein! Guten Hunger, meine kleinen süßen Fischis! Guten Hunger! Euch wär auch ein kleiner süßer Fischi! Ich mein... Was? Du kannst mein kleiner süßer Fischi sein! Hallo, Moggy! Oh! Und I can't find this feeling anymore! And I can't find this feeling anymore! Ich mein kleiner süßes Fischi bin... Oh, was denn genau von meinen Augen! Oh! Wooh! Genau deswegen! Ja, das ist ja der Spaß daran! Okay, ich lasse jetzt also die Runde zwischen uns weint! Wenn wir sterben, Blockys Traitor! Ihr wisst Bescheid! Blockys, du spielst mit! Was denn? Er spielt dich mit? Ja ich spiel mit! Muss ich ja eh, weil ihr euch immer jeden Warte, was ist der andere? Wo ist der Johnny? Okay, der ist auch Johnny lebt noch? Ja, wer spielt jetzt? Wer spielt weiter? Da kommt dein Auto Alter, von beiden Autos auch noch Wir sind insgesamt sieben Leute Drei Leute von uns wurden von einem Auto überfahren Jeder von diesen drei Opfern war unschuldig Das heißt, wir sind nur noch zu viert Und zwei von uns sind schuldig Ich bin definitiv unschuldig Und Malfi's Detective Ey, das ist voll der Showdown hier Äh, Johnny ist es, Johnny ist es, Johnny ist es, Johnny ist es Hör auf zu schießen, hör auf zu schießen Was für eine Scheiße, soll das? Ich prove, da, Blocky ist es, ich hab den Traitor getötet Ja, toll, das kann man ja auch einfach machen Wieso soll ich meinen eigenen Partner töten? Hallo, Keggy ist es Natürlich Das war nicht so gut durchdacht, Johnny Keggy ist es, aber dann hast du Keggy ein Kind Und die Runde war nicht zu Ende Ich wollte abhauen, Mann Ich hätte einfach den geschuldet, der überlebt hatte Es war wie so ein Geistesblitz Es ist wie so ein Geistesblitz gewesen Ich stehe da, gucke dir die Leichen an Zähle, wie viele noch wir sind Der Detective lebt Der Detective lebt Ich hab alle confirmed Fuck Die anderen beiden sind es Guten Tag, Herr Affe Ich geh lieber weg, bevor gleich wieder von dir kommt Keggy Und dann schaffst du einfach nicht Ich werd LOL LOL Hier sind zwei Leute neben mir gestorben Was war das denn? Was war das denn? Wo kommt ihr her? Was ist hier passiert? Was war das? Mock? Und? Ist Ricky dem Mock auf den Kopf gefallen? Da ist von oben jemand runtergefallen Da waren beide auf einmal tot Was war das? Ich glaub, der ist mir auf den Kopf gefallen Ich hab... LOL 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 Was ist denn passiert, Keggy? Da ist jemand von oben runtergefallen Ich hab mir keine Ahnung Ja hier, bei der Flagge Piratenflagge Ich geh ins Haus, komm wieder raus Auf einmal liegen da zwei Leichen Ich wollte weglaufen Dann hör ich nur hinter mir Fast über 50% soll ich den richtigen treffen LOL LOL Bei 66,66% Hallo, Keggy Hi Hier, willst du ein Schwein haben? Sagst du Traitor? Das geht gar nicht doch Oh, wie der Kulat Bist du Traitor? Dieser Kusselkopf Oh man Was? Bist du Traitor, Keggy? Geh weg, du bist Traitor Geh weg Geh weg, du bist Traitor Wohin schießt du, Block? Scheiße Was? Was war das jetzt mit dem Turm? Ist der wirklich einer auf den anderen Kopf gesprungen? Ja, Ricky stand auf einmal hinter mir Da dachte ich mir Hm, du feuerst das raus Hab ich richtig einen Kopfschuss gegeben Da wollte ich seine Leiche dramatisch von den Turm runter werfen Bin aber aus Versehen einen Schritt zu weit gegangen Und bin Ich hab ihn runtergebrochen Und dann bin ich hinterher gefallen Oh man Ein richtiger Hild Hallo, Ricky Oh Ist irgendwie ziemlich komisch Ich hör einen Alarm Ich hör irgendwo einen Alarm Hörst du was? Hier nicht Blocky Hier irgendwo, komm mal hier Hast du Traitor? Hörst du was? Irgendwo hier bei uns Warte, 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 warte Stopp, stopp, das ist ein Turret Ey, warum? Was? Das ist ein Turret Lol Du bist doch hier grad reingekommen Warte, warte, warte Warte, warte Ich hab Angst vor dir, Ricky Moment mal Ich laufe Rikki weg Rikki Ja? Wenn du mir vertrauen kannst Ja? Wir haben uns in der Kanalisation getroffen Wenn du mir vertrauen kannst Dann sind das eigentlich die anderen beiden Warte mal Das Ding ist ja Du kamst dort vorne Hinter mich Als ich da runtergekommen wurde Mir kam ja jemand entgegen Ich weiß aber nicht mehr wer Und der hat ein fucking Ding Den hab ich eben umgeschossen Ihr könnt es ja eigentlich Ja, aber das könntest du auch sein Als ich dich da unten gesehen habe Hab ich gesehen, wie du Aber warum sollte ich dich auf den Turret aufmerksam machen Und dich nicht einfach reinrennen lassen Ich hab dich nur darauf aufmerksam gemacht Ich hab gesagt, da ist ein Alarm Ja, und dann hab ich gesagt Oh scheiße, da steht ein Turret Ja, das Alarm könnte positionieren Okay, ich glaube dir Dann lass uns Johnny jetzt töten Okay, auf geht's Nein Oh, Johnny Da Nieder mit ihm Oh, lol Aua, schießt er nicht an mich? Alter, wie klein er Wie klein er ist Wie der echte Johnny Alter, wird dann wieder groß Sehr gut Hattest du gerade eine Silence AWP gehabt? Nein, aber du hast ja vorher geschossen, oder? Von da oben, glaub ich Ich hab eine Silence AWP gehört Ja, ich hab auch Du hast auch eine Na, warte mal Hattest du mich gerade angeschossen? Ja, ja, ich hab dich angeschossen Ich hab dich nicht angeschossen Connel ist irgendwo in dem Haus wahrscheinlich Connel Wir stürmen das Haus, ne? Ja, wir ficken dich jetzt Dich und deine Mutter Connel Pass auf Wo ist der hier? Der versteckt sich bestimmt im Schrank Nein Der ist? Alter, Rikki, wenn du es am Ende bist, ne? Ich raste aus Rikki, wenn du es wirklich bist Warte mal locker Warte mal locker, pass auf Wo ist der denn dahinter, Connel? Der steht irgendwo Wo? Gut angeschossen Ich hab eine Scheibe auf Achso Connel darfst du campen? Komm raus Was? Ja Ja Nekonnel ist tot Du bist doch hier gerade reingekommen Okay, war eben Nekonnel Nekonnel war da vor mir einer drinnen Und was ist denn noch vorgelaufen? Aber das könntest du auch sein Als ich dich da unten gesehen habe Aber warum sollte ich dich auf den Turret aufmerksam machen und dich nicht einfach rein Ich hab dich nur darauf aufmerksam gemacht Ich hab gesagt, da ist ein Alarm Ja, und dann hab ich gesagt, oh scheiße, da steht ein Turret Ja, das haben könnte ich heute nicht hören Okay, ich glaube Lass uns Johnny jetzt töten Okay, auf geht's Hast du gerade eine Silence-RP gehabt? Nein, aber wir sind sofort geschossen, oder? Von da oben, glaube ich Ja, ist klar Lass nochmal locker, pass auf 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 Du Monster Scheiße, ich hab mich locker Was? Du Monster Wie viele Chancen willst du haben? Wie ich ihn einfach geklaut habe Du hast es versucht, du hast es verkackt Du hast nichts gemacht, Ricky Ich hab auf den richtigen Moment gedacht Okay, liebe Freunde Das ist doch ein netter Vorgeschmack für den nächsten Part Was? Daran arbeiten wir doch, Johnny Daran arbeiten wir Das war doch mein Vorgeschmack Gute Nacht Nächste Runde Ich wusste halt nicht, dass jetzt alle ruhig sind außer ich Schreibt mir auch beim nächsten Mal wieder bei Ein richtiges Showmaster Das nächste Mal wieder Oh man Schaut wieder rein bei Draymo Und zum Abschluss Andrea Berg mit ihrem neuen Song Jetzt übertreibt